Mein Name ist Jeff. Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Ready! AIM! FIRE! Moin Seenn! draußen hagelt es, donnert und blitzt es. Was könnte man schöneres machen, als zu Hause gemütlich schön ein Horrorspiel auf der Oculus Rift zu spielen, während draußen die Welt untergeht. Jawohl, und genau das mache ich heute mit euch zusammen. Wir spielen heute Dreadhalls. Ich habe das Ganze gestern schon mal aufgenommen, aber die Aufnahme hat nicht gestartet, beziehungsweise irgendwas ist da schiefgelaufen und alles war wieder für die Katz für den Arsch. Und jetzt habe ich wieder gefühlte zwei Stunden versucht, das Spiel zum Laufen zu bekommen. Deswegen fange ich auch direkt jetzt an und hoffe, dass diesmal wirklich auch alles klappt. Ihr habt ja so lange drauf gewartet, auf so eine neue Folge. Von daher, legen wir los! So, also das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ich hoffe, man versteht mich. Ich mache mal das Mikrofon ein bisschen runter. Ihr habt hier so eine Karte, oder beziehungsweise ich habe hier so eine Karte, und da kann ich mich orientieren. Und jetzt nach vorne lauf, seht ihr diesen blauen oder grünen Punkt. Der zeigt mir an, wo ich gerade bin. Und hier wird es auch schon ganz schön dunkel. Deswegen habe ich hier ein Inventar. Gibt es hier. Da habe ich einmal irgendwelche Coins, von denen ich bis jetzt noch nicht weiß, für was die überhaupt sind. Scheiße, da kommt ja irgendwas auf mich zu. Aaaaaaah, scheiße! Aaaaaaah! Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da war einmal dieses Vieh, da war einmal dieses Riesenvieh, und einmal so eine alte Hexe. Und diese alte Hexe verfolgt man, verfolgt einen dann auch immer. Aber ich glaube, die hat uns, die hat uns nicht gesehen. Das Spiel ist gruseliger als die ganzen anderen Spiele, die ich bisher gespielt habe. Hier sammle ich erst mal Öl ein. Scheiße, ist das wieder hinten? Und ich hoffe, ey, ich hoffe, man hört nicht. Weil ich habe es so eingestellt, dass man nicht, dass ich mich immer selber höre. Ziel des Spiels ist einfach, hier rauszukommen aus dieser scheiß Höhle. Oder aus diesem komischen Dungeon. Und genau das habe ich so schnell wie möglich vor. Scheiße. Und hier, in diesem Riesengang, kommt immer dieses fette Vieh. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht gerade. Nicht so lange auf. Oh, Crap. Das Vieh ist bestimmt gerade dahinter gelaufen. Oh, fuck die alte Echse. Shit. Ich muss mal sehen, wo ich hier langlaufen muss. Scheiße, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Scheiße. Oh, die ist auch nicht über mir. Baut die Scheiße hier auf. Baut die Scheiße hier auf. Hallo? Baut die Scheiße hier auf, Mann. Oh, Scheiße. Nein, nein. Baut die Scheiße hier auf. Ein Bug. Es ist vor Bug. Es ist vor Bug, Mann. Ah. Ah. So, Runde 2 geht los. Ich kann mir Freude... oder gehe doch schon wieder... ich nehme Ohoho und ich auch noch! Es geht denn vorbei! Es geht hin hier ab Alter! Ich kann gleich nicht mehr rennen! Ohohoh! Hatte die aus! Shit! Sackgasse! Ich denke bloß das wars Alter! Oh shit, da ist doch schon wieder irgendwas gewesen. Geh erstmal hier lang. Ey, was ist das? Da hinten ist doch irgendwas. Sag bloß, da geht's raus. Nee, die haben mich verarscht. Wow! Wo war das? Hallo? Na Kollege, wie sieht das aus? Lass mich nicht hier hängen. Lass mich nicht hängen. Oh, ich nehm so ein Schwert. Oh, hey. Alles klar bei dir? Was ist da rein, oder? Was ist das? Oh, oh-oh. Todo? Oh! Oh, das Literally! Oh, das stimmt. Oh, nein! Oh! Oh! Ich bin schon wieder gestorben! Ich raste aus! Ich raste aus! Warte, die Tür ist hier nicht mehr auf! Ich raste es! Was macht die Tür auf? Warum ist das auf einmal so ruhig? Hallo? Alter! Nein! So, plötzlich geht's raus. Noch ein bisschen Olivenöl mitnehmen. Und dann weg hier! Ich habe es geschafft! Sergio Hitalo! Danke für dieses wunderbare Spiel! Mir ist schlecht! Oh mein Gott! Ich glaube, das war's! Boah, Leute! Was geht denn ab? Boah! Bei dem Spiel wird einem so schlecht! Aber ich bin so froh, dass es endlich mal geklappt hat durch dieses... Das ich jetzt aufnehmen konnte! Oh man! Ich habe ein paar Schwierigkeiten! Auf jeden Fall bedanke ich mich für's Zuschauen! Wenn euch das Spiel und wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann gebt doch ein Like! Abonniert! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! So, ich glaube, das ist dann, äh... Doorways! Doorways steht da an! Doorways 3, glaube ich, wollte ich mal spielen! Das soll richtig gut sein! Auf jeden Fall bedanke ich mich! Wie schon gesagt! Und dann bis zur nächsten Folge! Bis dahin! Ciao! Mein Name ist Jeff! Weil esrógen, keinebrar店! Danke! Jetzt! Beispiel! Vielen Dank.